hey freunde willkommen zum heutigen test wir testen heute auf jeden fall mal die pyroland single belts aus in der richtung checker quacker brokat und coco glitter preislich hier bei 1,99 pro bombenrohr ihr habt eine nem denke ich mal bei jedem so 21 gramm ja genau jedes bombenrohr hat 21 gramm und wie gesagt preislich 1,99 und da gehen wir gleich mal raus und testen alle drei verschiedene sorten also bis gleich draußen zur zündung so freunde wir haben euch versprochen dass wir die single belts testen wir testen natürlich alle drei hintereinander weg grenzeltest kommt da für mich nicht in frage als erstes haben wir hier den checker quacker in grün wie gesagt bombenrohr kostet 1,99 schon ordentlich für 1,99 so dann haben wir hier den coco glitter auch wieder single belts 1,99 ja der war ein bisschen kleiner und zum schluss müssten wir ja dennoch den brokat haben in single belts trokat fand ich echt schön so freunde von mir auf jeden fall eine kaufempfehlung für zwei euro so eine schöne rohre hat pyroland echt mal was gutes rausgebracht natürlich selbst bezahlt macht's gut aber in denen wir檢栈 sie enthält da yahoo so das ist un ausgeblich rohre em diese für die d